ja und willkommen mein name ist dann die rp und ich begrüße euch zu dem wahrscheinlich letzten part dieses projekts also bis auf wenn die dlc kämpfer und also was rauskommen und ja wir haben in der letzten folge küros besiegt in der vorvorletzten folge haben wir das besiegt und jetzt so wie es ausschaut müssen wir gegen beide kämpfen das wird ja ein absoluter spaß solange nicht dieser angriff von denen hier vorkommt also dieser wellenangriff dieser einhange vor dem den seine clown hier so auf mich schießt hat ist wenn ich so darüber nachdenken dann ist ein absoluter klacks im gegensatz zu diesen angriff also ja also solange dieser angriff nicht vorkommen vielleicht schaffen wir hat wir gar nicht wissen was jetzt abrede ok wir haben eine gute idee natürlich dann ihre oder nehme ich bin dann sonst dann ihre und dann nehme ich nach wen denn sonst dann ihre weil es das ja hier wird das einfacher wie sagt mir hat wird einfach so im sinne von autos alle leute hier erledigt also ja wenn du alle leute erledigt hast dann kriegst halten einfacheren boss kampf wie gesagt mir ist der fall wir haben schon voll diese heroische musik und also was aber ich habe drei chancen und nähe so läuft das ab sagt mir nicht wir müssen hintereinander gegen die kämpfen hat eine kämpfe sich auch gegenseitig gut was ging euch kämpfen das blick bei draus auch das letzte ja die netz aber auch jetzt nicht wirklich der tomate aber danke mache ich kann jetzt einmal springen ich glaube ich brauche meine ganzen heilfähigkeiten ich glaube angriffskraft hier bringt es nicht so ok 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 mag sie tomate hat mich irgendwie um mehr geheilt doch die halt nur um 50 da bin ich war je länger der kampf eigentlich dauert desto besser war dann halb ich mich ja immer frisch nach oben warum er gott wenn ich ja schon beinahe runter geflogen nennen so geht das aber nicht so kleiner drecksack immer war ordentlich sachen gerne aber kämpft ihr euch mal ich halte mich hier hoch wenn ich wieder eine maxi tomaten bekomme meine befürchtung ist aber wenn ich hier einmal verrecke dann muss ich das alles noch mal neu machen und das wird er wahrscheinlich der fall sein frist hat du fliegt raus und du flex raus ich habe gesagt du fliegt raus da kann ich so schwer es seine jetzt kommt er habe ich gerade besiegt vor fünf minuten wieso kann ich diese dinger nicht ausbrechen okay wir gehen jetzt in den weltraum ich versuche mich gar nicht jetzt treffen habe ich so gefühlt es hat irgendwie so gedacht hat man irgendwie zu dritts hier durch geht weil man bekommt drei dinger hier 33 drei jetpacks so viel heilung da und ich noch ein charakter gedacht sein weißer die sache ich wenn ich verrecke dann habe ich immer noch zwei andere ich habe ja nicht wie viel auf die alle zugreifen leiten sind da sehe ich gerade so wer schießt jetzt irgendwie auch nicht oder so aber schon bock da ist schon interessante rangehensweise an einen finalen boss ich habe ja final boss kommt dann noch irgendwas schießt die alle auf die zurück ich glaube ich nehme mir jetzt mal schaden irgendwie die denken sich jetzt bestimmt auch so ob wir haben die ganze zeit uns selber bekämpft dabei ist da die bedrohung er ist viel mächtiger als wir beide war fliegt raus jetzt kommen die wahrscheinlich bei der ne okay wenn ich verliere ich muss wieder alles neu machen ich glaube ich habe doch andere geister mitnehmen so eine war ich habe den hier haben sie also boss waschen gepackt super ich hatte bei diesen einen geist ja mitteilung schild nehmen soll ja weil ich kriege auch von draklau frisse nein mein gott also ich besiege die finalen bosse und dann krieg von draklau was soll ja da auch noch zwei form aber ich lasse mich die ganze zeit von denen treffen naja ist nicht gut wie man auch hat man eine angriffskraft ist aber ich habe lieber heilung steht ja viel über heilung steht einsetzen aber ich bin tot aber ich gehe keine maxi tomate oder irgendwie so was danach haben wir ein gut was ich gegen alle boss noch mal kämpfen aber ich sehe sie auch gerade okay ich habe sie auch gerade wer alles da drin ist kommt das sei jetzt nicht so darauf diesen angriff ich habe drei ersprungen damit komme ich hier voll locker jetzt über ich weiß gar nicht was der vorangefahrte bei ihm funktionieren ja gar nicht am angriff da wäre heilung steht richtig viel besser gewesen ja super jetzt krieg ich nein ich hätte lieber gegen den roboter gekämpft bis jetzt nur die bösen ja das ist gut jetzt nur die bösen ja bekämpft ich euch mit dem preisten weg da hey ja aber lange brauchen wir da raus zu kommen bitte gehen wir noch mal so ein herz am ende nein jedes mal wird immer davon getroffen also war naja wird nichts er habe ich nicht da sechs passe dafür ging es ich gerade sagen hahaha ist trotzdem den passkampf ist so nervig das ist ja überhaupt nicht fett oder so da habe ich mich auch jawohl naja ehrlich nein naja gott ich habe sogar geschafft dadurch zu kommen jetzt einfach zu fit ich kann ich nicht fahren du bist einfach zu fit er trifft mich hier am ende der stage nenne da wird nicht haben wir ja noch danach gegen links kämpfen müssen ich habe mich auf der tag geblieben werber du solltest eigentlich voll einfach sein der weg alter wir haben verstehen lässt sich abkneiden das ich hatte so wenn man auch weiter los glaube ich nicht wird mir sind nerviger aber und danach gingen alle beide nehme ich an ich habe jetzt drei sprühe er macht mich trotzdem fällig es war ich glaube ich krieg hier nach einem herz oder irgendwie sowas was hat ich habe fast noch gar nichts abgezogen warum ich für probleme hatte damals sie mir schütze bringt überhaupt nichts war ich krieg den ganz das war eine gruppe ändern auf der heilung schild so naja wo fange ich jetzt an am anfang handel von der wenigstens so wie ertrag klar als erstes heilung mit mir die fresse hier bin ich kollege ja dann ist auch viel besser aber ich darf mit dem blöden angriff da gibt es nicht ich habe mich aufladen sollen wir den langen war ja noch nicht gesehen start ja der ganz schild an na würde ungern so schnell fragen also in die fressel gott und schreiben ich wende die sich während ihr ko gehen gut versuchen wir noch mal weiter dass das wird nicht gut ausgehen aber heilung stellt aktiviert macht schon riesigen unterschiede ich da gefühlt gut weiter weiß nicht ob ich dinge absorbieren kann aber ich will es mal nicht versuchen da kann ich auch werden keine mal alter auf damit glaube ich hier noch aus behaupten heilung bitte 4 prozent oder 6 von hat jetzt aber wenn das darauf bringt überhaupt nicht genau wie ein monster hunter sagen wir sagen naja heilung mit dem weg schütze gegen den zu kämpfen ist aber auch doofe nicht aktiviert da muss aber auch immer erst in der luft sein wenn ich wenn ich das ding finde also mal auf dem boden fallen also mein gott aber sie sagt kam es dann nervte aber bitte lass mich ja nicht weit kommen naja ok und danach kriege ich glaube ich ein ding ne und heilungs dingen also er wird endlich mal warum habe ich meine smash angriffen manchmal nicht ich habe doch es mehr schreibung alter so eine kleine kugel erschossen ich glaube so an seinen kopf und den dinten immer zu hause ja wird bis jetzt läuft weil es gar kein problem nein jetzt nämlich mal durch du sagst aber nicht naja jedes mal warum ich habe angefragt so viel schaden ja endlich mal dann eben zwar sehr viel schaden aber geht noch finde ich so und was hat nein ist das gott so jetzt muss ich ein bisschen auf glück setzen was gegen wir mal als nächstes kämpfen die heil mich ich wollte eigentlich gegen bowser aber dann nicht von dem weg bleibe dann eigentlich auch kein problem sein manchmal mich zum menschen griffe nicht aber ich glaube da ist auch so wie fähigkeiten tue mich nicht immer ein aber ich weiß nicht war ja weil es mich hier auch du machst mich immer stärker dreck ich war ja durch oh gott nein sehr gut ja wird sein geschaffte nein 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 da kam schon ich hätte danach eine heilung bekommen glaube ich naja ist beschissen und jetzt wenn mich da draus gehauen hätte die ganze buch zusammen geschrieben man kann doch mal hier hin mann war man wieso kriege ich von dem jetzt viel schaden aber mein gott hör auf mich die ganze zeit zu treffen um in die fresse mit rein in die archivsferde jetzt wollte ich gegen max kämpfen und gott wird und das brawlen naja ehrlich ein bisschen mehr blocken gelaufen jetzt kann er wieder mich trifft während er schon springt einfach nicht war ja heimlich aber jetzt hier schon in den normalen boss nicht wir kommen wahrscheinlich beiden bosse kommen wahrscheinlich genau danach okay ist gut man ich verkehre echt jetzt ja verdammt und er machte zweimal hintereinander die verarschen war junger gott ich muss danach gegen die drei kämpfen wenn ich mal ob ich mag es ja schaffe eigentlich mal ein bisschen wir haben wohl ganz viel hoch halten so gehört jetzt noch der ja dann bitte noch ein checkpoint wenn es geht was okay ja ich muss es na gut da hat mich hier wesens und wieder hoch alter bitte sagt mir nicht der finale bosskampf mit so auflaufen wie ich mir denke dass ich beide hintereinander besiegen muss mit drei charakteren sind weil ich sind zwar nicht die allerschlechtsten aussichten aber er ist trotzdem immer noch hart die beide einzelnen schon unglaublich schwer sind so checkpoint bitte gedreckt weiter hätte ich jetzt keine herz bekommen und das wenn ich jetzt hier verliert dann muss ich wahrscheinlich wieder von euch machen egal ob sie ihr okay gott da ist ja überhaupt nicht schwer ging bald auf einmal wir haben wahrscheinlich alle ihre gleichen angriffen noch weil ich meine anderen beiden wieder sie nämlich passt so aus gesagt ja ich würde lieber erst ihn erleben wenn es geht gott ich glaube die man aber ordentlich weniger schaden man sich gegenseitig ausschaden weil ich gerade ja gut hey mal dabei ist wieder kacke dann wenigstens machen das ging auch schade da kann ich mache den aber nicht an schaden da merke ich gerade das ist im andere also die meister und crazy ende wir sind einfach nur zwei übelst miesen angriff hinterein setzen oder zur gleichen zeit ich bin weg ich habe gesagt ich will erst in anderen erledigen aber ich habe nicht in die zeit hier es war dahin zu gehen im sorgfühl ja aber du tauchst darauf ehrlich okay er hat den angegriffen wird wird wie solange er nicht hier voll übertreibt sich selber gut aber der angriff oder ist nicht annähernd so nervig wie ja bitte sagen wir nicht ich muss man anfangen an bitte hier in diesem kampf wird da wäre richtig nervtöten gelegen damit ich das schon wieder machen müssen naja wohl der allergrößte verarschen ich muss so viel mögliche raus wollen was kann ich meine boxe draufgegangen ist wenn ihr aber guter die sich auch gegenseit schaden mann des wesens sehr gut ich glaube ich möchte irgendwie ein bisschen entfernter sein wenn irgendwie irgendwie einer von den am boden liegt weil ich glaube der eine hat sich in hammer verwandelt hat voll ordentlich schaden an den gemacht vielleicht tot habe ich gegangen hier auf dem los haben 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 da setzt biker irgendwann ein okay das ist stressig so ist nicht so schwer wie andere kampf die einzelnen kämpfer gesorgt für wenn er mich jetzt fragt ich habe noch gott nein aber sind nur zwei davon gut deswegen ist noch fair statt irgendwie vier stück oder so war doch immer drauf drei oder vier und triff das ding ne drei sprünge okay dafür hat wir noch beim ersten charakter sind das richtig gut finde ich dafür soll lieber auf den anderen losgehen ja damit er jetzt auch mal hier loslegt irgendwie macht er halt auch mehr schaden ging das eine dinge er geht auf denen los gut ich sollte mal probieren ob sie observieren kann ich mache auch gar keinen schaden mit denen den angriffen ja ich glaube schon tot oder auch nicht der wird und ist der riesen aber sehr gut und ist doch ein riesen aber ja okay da war es mit ihm gott geweck okay eines gleich weg halbwegs weil der eine liegt wahrscheinlich richtig los bin ich irgendwie wenn er nur noch übrig ist wenn der eine nur übrig ist wenn du noch das übrig ist dann liegt irgendwie wieder voll los war so und darauf habe ich keinen bock deswegen versuche ich die beide so zur selben zeit irgendwie zu erledigen warum ist so fast mehr spaß so hatte man ist auch mal einer kriminell gespräch hier sind mal irgendwie aus der reichweite ich bin ich aber gut einige von den angriffen gehen auf den einige gehen auf den der das hat mich geschossen und auf den nicht gut wesens fair wir sind beide eine bedrohung für den wenn ich es noch abziehen beim der eine geht sowieso kaputt weil der andere ein bisschen auf denen losgeht also aubert ne bin ich ja jetzt gleich tot kommt kein riesen nammer war man kommt kein riesen nammer ist gleich tot kommt kein riesen nammer ist gleich tot gerettet habe ich mache denn gar nichts an schaden ich denke da ein stoß hingegeben oder was ist ja los dann noch weg gar nicht sollten sich den genanen schluss geben wir können beide nicht einer von denen er irgendwie frecken dann irgendwie einer von dem ich oder noch also du komm her ja noch einen ganzen charakter übrig aber ist keine chance da komm mal wie gut ich jetzt bin wenn es zeitlufe ausgewichen ja ja wir haben es geschafft kommen ich habe nur einen charakter junge wo ich habe noch ein charakter ich habe nicht vor zu verlieren wer komme und boom oh gott wir sagen wir etwas ok bitte sagt mir etwas fusionieren nehmt dann nach na komm da war es oder ja sie zu haus licht wurde erledigt dunkelheit wurde besiegt jetzt explodiert universum und gar was wir machen okay 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 und die geister wieder frei gehen in ihr universums zurück nehme ich mal jetzt an und ja damit haben wir das erledigt wir haben das universum multiversum ganze galaxie wie auch immer befreit und wir haben nämlich machen alle endings freigeschaltet haben gesehen wenn wir sowohl wenn wir nur dunkelheit oder nur licht erledigen selbst ergebnis und wenn wir beides erledigen dann scheint er dann scheint richtig zu sein ich meine jetzt haben wir gar nichts mehr im universum oder was und ja da waren bilder ritt das gleiche filter part das ist glaubt 100 100 607 oder 567 irgendwie sowas und da haben wir ja nicht nur in abenteuer modus reingepackt wir haben ja auch klassisch muss gemacht als auch gar nicht versucht ich weiß auch gar nicht ob ich das schaffen werde ja davon sieht man nichts mehr und ja von diesem projekt hier sieht man auch erstmal eine weile nicht mehr außer wenn ich mal so einzelne episoden machen will so hin und wieder nicht direkt nach diesem part sondern keine ahnung aber sowieso gratis im moment genug projekte also mit dem master ist auch schon etwas geplant aber da will ich auch erst mal warten das hochgeladen wird erst mal fertig aufnehmen und also was mich langsam angehen kann ja neben beispiel ich ja noch testes peria und klinge marx 3 welche ich mittlerweile sehr viel sehr viel mehr genieße als dieses spiel hier was ja mehr frustration je länger ich gespielt habe wenn ich jetzt einmal stärker wurden und ja es wird immer frustrieren einigen spiel der so bisher habe ich so ungefähr macht man ungefähr zehn mal mehr spaß zu spielen und kinder macht drei macht mehr irgendwie tausend mal mehr bock zu spielen also ja dort ja mal reinschauen wird mich freuen möchte auch ein paar videos bekommen und sohne bis ein verkehr auf meinen kanal kriegen damit ich glaube da ist das erste super spaß was ich so intensiv gespielt habe also ja dann habe ich mehr so ein bisschen casual gespielt so erst mal gespielt aber brawl besessen habe alle anderen habe ich vorher mal irgendwie bei kollegen gespielt ja brawl war ich nicht so gut da muss auch normal gespielt und so und klassisch muss war für mich schon schwierig an einigen stellen das wäre schwor habe ich ein bisschen wo eigentlich zum beispiel habe ich auch die 3ds version sehr viel mehr gespielt mit kollegen mit dem weg ist und den master und ja die video also habe ich dann auch noch gespielt natürlich aber so wirklich hier versucht alles zu sammeln alles zu kriegen und so da bin ich doch hier in dem spiel schon am nächsten daran ich glaube mir fehlen nur irgendwie 16 geister oder so und dann habe ich alle da ist eigentlich nicht ich habe alle charaktere ich habe dann alle geister wo ich bei den anderen spielen und ich war an der dran war so trophäen mäßig oder sticker mäßig aber was auch euer man damals damit musste alles also ja schon unterschied ein charakter ein klassisch muss geschafft habe ich auch noch nie in jenen irgendein smash boss gemacht der abenteuer modus auch mit fliegenden fachen abgeschlossen und mein controller weg also auch stuhl ja mir hat spaß gemacht also wie gesagt frustration und so wird immer größer die schweger die gegner wurden aber ja ich habe das gefühl ich würde auch immer besser so also ich bin auf jeden fall besser als weil sie nicht in den ersten zehn paar zu da irgendwie so hat das ist auf jeden fall bin ich nur besser wegen den geistern oder irgendwie so weit also auch spielerisch ein bisschen besser geworden also ja hatte jeder war davon er hat was gucken ich habe mich verbessert ich habe das schwarz ihr hattet hoffentlich spaß und ja damit geht es dann mit diesem projekt zu ende bin ein bisschen erleichtert ehrlich gesagt jetzt muss ich nicht mehr rumstecken ich muss nämlich immer wenn ich von der ps4 und switch wechseln muss ich meinen stecker umstecken jetzt muss das nicht mehr machen für eine weile also da das ist das größte worauf ich mich ja freue ich habe nichts gedrückt ist schon gegangen kürer schrecken der finstern ist okay das schrecken des lichts jetzt kriege ich die geschafft fortritt 100 prozent das wahre ende erreicht 1 neu spiel plus okay ja so kriegt man dann alle geile allerdings alle lernen wie ihre fähigkeiten okay wir haben 100 prozent abgeschlossen das ist schon mal sehr gut gala m und da kommen die heißen glaube ich anders in der englischen version dragon gewinnen sämtliche kämpfe das wahre ende spielt starte ein neues spiel plus spiel als kennend auf und welt die ds falls final ohne k.o. zu geben was die erste phase ist final ist okay und das große war ein einziges mag hoch zu gehen ja ihr habt auch ihr habt ja auch voll auf eine sämtliche abenteuer gaben statt ein neues spiel plus ja das werde ich kira und da ist gleichzeitig besieht sämtliche gehen auf der weltkarte erfolgreich bewältigt menü musik ist nun unter mein mix verfügbar ich kann jetzt die moni super natürlich irgendwie viel früher ich habe mich schon gewundert warum diese funktion nicht machen jetzt kann ich im menü die musik ändern weil dann hätte ich die schon nämlich seit ewigkeiten zu folgendes hier geändert er hat war ich hier schon nämlich seit ewigkeiten hier drauf hier eingestellt okay gibt es ja noch irgendwann was wir machen können 15 tauchen kann ich mir nicht leisten jetzt hat wieder geändert ich glaube ich kann ändern dann war da warte du hätte ich dann schon seit ewigkeiten da irgendwie geändert habe ich schon geärgert hat nicht mehr da ist weil erwartet wie geht es jetzt und spätgefäß dings ab der ort das geht ja sowieso weg ok aber wie man sieht ich habe 1284 von 1297 und das heißt mir fehlen auch 13 geister bisschen doof aber ja was soll man machen werde ich mir irgendwann noch alle rohlen so vielleicht aber noch ein neues spiel plus machen weil nicht ja man ich bekomme halt was schönes dafür aber ja so kriegt man dann die letzten lern juwelien noch eine gerne ein neues spiel mit allen kämpfern gaben aktivierten wlan datei als ach ich kann sogar wählen gut warte mal das ist irgendwie nicht auf einer schwierigkeit grad hier irgendwie das mal kurz hier da bist du noch als wir da waren ich habe einfach hat eins ne und ja und ja weil sie nicht mal sind wir hier guck mal da 20.000 geister punkte geil und ja welt die erst versichert und kurs hat kann man also auch leicht erledigen da habe ich definitiv auf screen noch machen ja da muss ich wahrscheinlich aufballern und online werde ich weiß nicht auch ein bisschen spielen aber nicht aufnehmen und gut dann würde ich sagen ja das war es für dieses projekt aber euch hat es gefallen ganz auf jeden fall gefallen und ja gut weiß nicht was ich noch sagen danke schön fürs zuschauen wir sehen uns im nächsten projekt auf wiedersehen und